Vor dem Spiel meistens? Nüchtern. Party oder Training? Training. Ronaldo oder Messi? Ronaldo. Hallo oder draußen? Na draußen. Hartes Pressing oder Kontern? Kontern. Kunstrasen oder echter Rasen? Kunstrasen. Tiki-Taka oder Catenaccio? Catenaccio. Mein Verein ist für mich? Erste Hälfte in Berlin. Meine beste Aktion war? 21 Tore zu schießen in dieser Saison. Nach dem Spiel meistens? Zufrieden und glücklich.